Hallo, das Dosischen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Portal 1. Es geht munter weiter. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Aha, natürlich. Versuchen Sie es erst gar nicht. Natürlich. Ich meine, wenn er unmöglich wäre. Ähm, ja. Lass es mal meine Sache sein, ob er unmöglich ist. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Natürlich. Warum denn nicht? Warum sollte ich das denn nicht sein? Kannst du es mir verraten? Meine liebe Gladys. Du hast mir deinen Namen noch gar nicht im Spiegel gelandet. Woher sollte ich ihn denn wissen? Nein, machen wir richtig weiter. Ladedaten. Guckle, Lades. Guckle. Hallo. Wir wieder. Unsere frühere Warnung. Pass. Du bist die Beherrschung der Kluge. Kluge Impulses. Ah ja. Oh. Das war auch fail. Das war auch fail. Das war gut. Spetakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Warte, da ist das Orangene. Hey, hey, hey. Wee. 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 Ich jetzt wissen. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Wee. Und jetzt bin ich durch. Natürlich, Lades, natürlich. Einfach nur schnell durchspringen, wo gut ist. Und weiter geht's. Aperture Laboratories. Let's go. Go, go, Portal Rangers. Sorry, musste sein. Ich weiß nicht, was mich geparkt hat. Okay. Weiter damit. Weiter, weiter, weiter. Oh ja. Hop, 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 hop. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center schiefst mit gutem Rad zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich. Ach so, das sagst du mir jetzt. Nein, das Wasser ist nicht tödlich, nein. Perfekt. Ähm, nicht. Verdammt. Okay, Moment, da muss es hin. Ich überlege gerade, wie das funktioniert. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ähm. Moment. Lass mich nochmal durchschucken. Wo könnte es noch nützlich sein? Wo könnte es denn noch nützlich sein? Ich muss ja das Bällchen irgendwo hinkriegen. Ich komme da nicht. Natürlich. Ah, ich bin so doof. Jetzt verstehe ich. Ah. Bleib offen. 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 Perfekt. So. Muss ich nur noch warten. Und es ist durch. Es ist durch, ja. Okay, komm ich wieder hier durch. Ich muss da hin. Okay, perfekt. Oh, okay. Okay, das geht. Und wenn ich hier bin, dann... Ach, das ist die andere Porte-Kanone. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von... Das ist schön, dass das Ding so teuer ist. Warum vertraut ihr es mir dann an? Ähm, könntest du ein bisschen schneller fahren? Ich mein... Ich hab nichts gegen langsame, schöne Fahrten auf seichtem Wasser. Aber das hier ist kein seichtes Wasser da unten und das ist auch nicht gerade sehr bequem. Also, wir könnten gern schon ein Stückchen schneller fahren. Danke! Wo ist das Radio? Kommt, ich hör's doch. Dahinter. Egal. Gehen wir. Und hopp! Auf geht's! Die nächste Testkammer. Und hopp! Let us go! To the next Testchamber. Marius. Okay, was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich? Was ist zwar... Sieht ja immer sehr nett aus. Ja, das war jetzt auch wieder... Oh! Oh! Was hab ich denn jetzt gemacht? Das war cool! Das gleiche nochmal. Weeeee! Okay, dann... Ein Kumbus. Ist da oben. Soos. Und nochmal springen. Weeeee! Und die Kumbus nehmen. Und die Kumbus nehmen, hab ich gesagt. Und ihn da ja drauflegen. Und noch einmal springen. Und weeeee! Und weeeee! Ah ja. Sie hat weeeee! Gesagt. Nicht wees man. Weeeee! Okay. Auf zur nächsten Text... Text... Textkammer. Es sind Textkammern. Keine Testkammer. Es sind Textkammern. Uh. Auf jeden Fall auf zur nächsten Testkammer. Ich scharg mich langsam, wenn die Türmchen das erst mal auftauchen. Zu langsam? Nummer 13. Da sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben. Ah ja. Das ist sehr nett, wenn die Welt schützen. Ach du heilige. Okay, okay, okay. Lass mich nachdenken. Das... muss da hin. So, dann gucken wir mal was passiert, wenn das da reingeht. Okay, was passiert? Okay, was passiert? Das Ding bewegt sich. Okay. Und ich brauche den jetzt. Den brauche ich aber da. Ja. Also. Legen wir noch das auf. So, da oben ist ein Laden. Ich rückne die Tür, aber wir brauchen noch einen Kubus. Ich denke. Natürlich, wir brauchen noch einen Kubus. Ähm. So. Ähm. Ähm. Da blau. Hier orange. Kommst mit? Ähm. So. So. Da. Da ungefähr blau. Hier orange. Kommst mit. So. Bleibs einfach liegen. Und wir gehen. So. Da blau. Hier orange. Nicht so doll. Ähm. Meidia. Und wir sind fertig. Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir sie nicht mehr belügen. Dankeschön. Wieso? Wieso? Wird mir noch etwas passieren? Aufgeregt, aufgeregt, aufgeregt. Komm schon, ich möchte von der einzelnen Stelle tippeln. Aufgeregt, aufgeregt, aufgeregt. Nummer 14. Ach du Heiliger. Ach du. Wir weisen Testpersonen, die gamma-strahlende Hochenergie-Portal-Technologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Okay, was muss ich denn jetzt genau machen? Wenn ich hier ein Orangen bisschen tue. Und ein blaues. Da komme ich schon mal an die Kuh. Kuh-Bus. 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 Verdammt. Da komme ich schon mal an den Kuh. Verdammt. Also nochmal. Komm, wir müssen noch ein bisschen. Das geht schneller. Dann komme ich an den Kuh-Bus. Kuh-Bus. Die stelle ich mich grad ziemlich doof an. Kann das sein? Kuh-Bus. Danke. Wenn ich die Kuh-Bus dann da hinlege, ja? Na komm, mach mal ein bisschen hin. Kuh-Bus. 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 Wird sicher was wieder draten. Ähm. Ach du heilige. Das wird gern Spaß. Blau. Blau, 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 blau. Okay. Und wir gehen. Und wir gehen. Eigentlich hüpfen wir. Und wir hüpfen. Und wir hüpfen, 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 hüpfen. Orange. So. Ungefähr. Dann dürfte das hier runter kommen. Perfekt. Wirklich sehr gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Und ich werde jetzt die mal geschrieben, wie man es vielleicht sehen kann. Das kann passieren. Wenn man es die im Spielen spielt und aufnimmt. Lade-Daten. Dann, ach du heiliger. Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen- und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir ihnen helfen dürfen, uns zu helfen. Das ist schön. Dann möchte ich da ganz schnell hin. Ähm. Da ist blau. Wo komme ich nicht hin? Wie ging das nochmal? Wie ging das nochmal? Wie ging das nochmal? Hier durchgehst alles weg. Passt auf, vielleicht das finden wir das nächste Mal raus. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.